Die Idee zu diesem Video ist mir im Laufe einer Diskussion mit meiner Schulklasse gekommen und zugleich habe ich ein Buch entdeckt, das mir weitere Denkanstöße geliefert hat. Das Buch nennt sich Über die Tyrannei. Es ist aus der Sicht und aus der Feder eines amerikanischen Historikers geschrieben, aber das Schönste daran sind wohl die Illustrationen, die dieses Buch zu einem kleinen Kunstwerk machen. Ich empfehle es euch sehr, wenn ihr euch für Politik interessiert. Aber los geht es mit der Gegenüberstellung von Faschismus und Demokratie. Beginnen wir mit dem Unterschied, der am offensichtlichsten ist. Der Faschismus ist zutiefst antidemokratisch und die Demokratie ist antifaschistisch ausgerichtet. So wurzelt die Verfassung Italiens im Antifaschismus und der italienische Staatsfeiertag geht zurück auf den Tag der Befreiung von der faschistischen Herrschaft. Der Faschismus ist ein Einparteiensystem. Allein der Partito Nationale Faschista erlässt die Gesetze. Alle anderen Parteien sind verboten und von der Teilnahme am politischen Geschehen ausgeschlossen. Genauso zentral wird der Staat verwaltet. Alles geht von Rom aus. An der Spitze des Staates steht Taduce, der alle Entscheidungen trifft. Er ist der starke Mann, der sich auch als solcher präsentiert. Und der autoritär den Staat lenkt. Er hat immer Recht. Mussolini ha sempre ragione. Heißt es auf vielen Inschriften. So wird um ihn ein richtiger Personenkult betrieben. Und seine Auftritte sind inszeniert als Ehrenerweis des italienischen Volkes. Die Demokratie hingegen ist ein Mehrparteiensystem. Mehrere Parteien kämpfen um die Zustimmung der Mehrheit. Und die Vertreter des Volkes sind frei gewählt. Nach einer vorgeschriebenen Zeit, der Legislaturperiode, kann eine Regierungspartei auch wieder abgewählt werden, wenn sie ihre Arbeit nach Meinung des Volkes nicht gut verrichtet hat. Zudem wird die Regierung von der Opposition, von der Minderheit im Parlament kontrolliert. Aber es gibt noch weitere Gegengewichte zur Regierung. In der Demokratie gilt die Gewaltenteilung. Die Macht ist auf mehrere Organe verteilt. Eine genaue Erklärung der Gewaltenteilung findet ihr, wenn ihr auf dieses Video klickt. Nicht alles wird vom Zentrum ausbestimmt. In Fragen, die den ganzen Staat betreffen, entscheidet Rom. Aber auch die Regionen und Provinzen haben eine gewisse Autonomie. Das heißt, sie dürfen für die eigenen Belange selbst Regelungen treffen und Gesetze erlassen. Man nennt das Föderalismus. Obwohl es natürlich auch in der Demokratie charismatische Persönlichkeiten gibt, die wegen ihrer Person mehr als wegen des politischen Programms gewählt werden, steht grundsätzlich die Sachpolitik im Vordergrund und nicht die Person. Der Faschismus ist ein geschlossenes System. Das heißt, von vorneherein sind die Machtverhältnisse festgeschrieben und können nicht verändert oder korrigiert werden. Deshalb gibt es auch keine oppositionellen Kräfte, welche dem Duce widersprechen und Forderungen stellen könnten. Die Gewerkschaften sind verboten und die Gerichte stehen unter staatlicher Kontrolle. Es zählt die Volksgemeinschaft und nicht der Einzelne. Wer zu dieser Volksgemeinschaft dazugehört und was diese Volksgemeinschaft will, auch das wird vom Duce interpretiert. Deshalb gibt es keinen rechtlichen Rahmen, an den sich der Duce halten müsste. Letztlich kann er bestimmen, was er will. Neben der Demokratie ist der Kommunismus das andere große Feindbild. Auch um sich die finanzielle und politische Unterstützung der Unternehmer zu sichern, hat Mussolini dem Kommunismus eine klare Absage erteilt und sich den Schutz des Kapitalismus und des Unternehmertums auf seine Fahnen geschrieben. Dennoch ist die Wirtschaft im Faschismus nicht frei, sondern sie wird staatlich gelenkt. In der Demokratie ist eine Regierung dazu verpflichtet, mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten und sich mit ihren Vertretern an einen Tisch zu setzen, um über Gesetzesvorschläge und Arbeitsreformen zu diskutieren. Die Justiz muss von der Regierung unabhängig sein. Sie hat einen klaren Aufgabenbereich. Sie prüft und untersucht, ob das Gesetz eingehalten wird. Auch und besonders von Mitgliedern der Regierung. In einer Demokratie steht nämlich niemand über dem Gesetz. Die Wirtschaftsordnung in einer Demokratie ist die freie oder die soziale Marktwirtschaft. Ein Video zu diesem Thema findet ihr hier. Der Faschismus führt eine imperialistische Außenpolitik. Es geht darum, die Vorherrschaft im Mittelmeerraum zu sichern. Drum sind Militarismus und Expansion wichtige Schlagwörter. Als Beispiel für einen brutalen Eroberungskrieg ist der Abessinienkrieg zu nennen, an dem auch Südtiroler teilgenommen haben und bei dem es zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit gekommen ist. Das faschistische Regime unterstützt politisch gleichgesinnte Regierungen in anderen Ländern. So gewährt es dem Diktator Franco Unterstützung im Spanischen Bürgerkrieg und schließt ein Bündnis mit Hitler ab. Um für einen Krieg bestens vorbereitet zu sein, wird aufgerüstet. In der Demokratie hingegen sucht man die Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Diplomatische Bemühungen gibt es auch mit Ländern, die nicht demokratisch sind. Die Integration europäischer Staaten in die Europäische Union ist eine wichtige Errungenschaft. Über die Grenzen des Nationalstaates hinaus verfolgen die Mitglieder gemeinsam wirtschaftliche und politische Interessen. Und da auch die EU ein offenes System ist, muss sie offen sein für Reformen in ihrem Inneren und auf eine bessere Integration hinarbeiten. Es gilt solidarisch zu sein mit anderen Staaten, die in Not sind. Und die komplexen Probleme der Gegenwart können nur gemeinsam gelöst werden. Im Faschismus wird Gewalt als Mittel der Politik genutzt. So werden politische Gegner und Kritiker des Regimes verfolgt, eingeschüchtert, gefoltert und getötet. Paramilitärische Truppen vermischen sich mit der regulären Polizei. Freiwillige oder beauftragte Spitzel sorgen für Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung. In der Demokratie hat nur die Polizei das Recht, Gewalt anzuwenden zum Schutze der Bevölkerung. Man spricht von einem Gewaltmonopol. Aber auch dieses darf nur im Rahmen gesetzlicher Vorschriften angewandt werden. Unverhältnismäßige Gewaltanwendung ist deshalb strafbar. Politische Propaganda soll die Italienerinnen und Italiener zu überzeugten Faschisten machen. Die Medien berichten nicht frei, sondern werden zu politischer Manipulation eingesetzt. Alle Lebensbereiche sollen der faschistischen Ideologie untergeordnet sein. Alle Vereine ihr dienen. Es wird im Grunde nicht mehr zwischen privatem und öffentlichem Leben unterschieden. Alles ist gleichgeschaltet. Die Gleichschaltung ist ein wichtiger Begriff. Andersdenkende werden verfolgt. Auch Minderheiten sind dem faschistischen Terror ausgesetzt. So will Mussolini Südtirol italianisieren. Der deutschsprachigen Minderheit werden die politischen Rechte genommen. Aber eine andere Minderheit trifft es noch viel schlimmer. Ab 1938 erlässt der faschistische Staat die Leggi Razziali. Unter dem rassistischen Vorwand, die italienische Rasse reinhalten zu wollen, werden Juden nun auch in Italien verfolgt und in Konzentrationslager nach Deutschland und Polen deportiert. Auch die Kultur soll Ausdruck des Faschismus sein. In Bozen verändert die neue faschistische Architektur das Stadtbild. Und die Schule tritt völlig in den Dienst der faschistischen Machthaber. Die Jugend soll zu strammen Faschisten erzogen werden. Dazu dienen auch verschiedene Jugendorganisationen, wie die Balilla für die Buben und die Piccole Italiane für die Mädchen. Der Faschismus akzeptiert nur ein bestimmtes Männer- und Frauenbild. Kräftig diszipliniert, gehorsame Soldaten sollen die Männer sein, während sich die Frauen um Handarbeit, Küche und Wohltätigkeit kümmern. Wie Mussolini sagt, sollen sie schön sein und Freude erwecken. Während im Faschismus also nur eine einzige Weltanschauung dominiert, ist in der Demokratie der Pluralismus ein wichtiger Grundsatz. Unterschiedliche Meinungen sind nicht nur erlaubt, sondern auch gefordert. Auch die Medien berichten kritisch über die Politik und tun dies aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie sind die vierte Macht im Staat, weil sie durch objektiven Journalismus Kontrolle ausüben über die Mächtigen im Land. Alle Vereine und Interessensvertretungen sind zugelassen, wenn sie sich nicht gegen die demokratische Verfassung aussprechen. Minderheiten genießen einen besonderen Schutz. Die deutschsprachige Minderheit in Italien hat sich zum Beispiel in einem langen politischen Prozess eine gesetzlich verankerte Autonomie erkämpft. Die demokratische Gesellschaft ist von Diversität geprägt, also von Vielfalt und Vielfältigkeit. Die Kunst bricht Tabus und folgt der Kreativität, anstatt politischen Vorgaben zu gehorchen. Schule soll auch dazu dienen, die jungen Menschen zu mündigen und kritischen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Und neben der traditionellen Familie von Mann und Frau sind auch andere alternative Familienmodelle möglich. Obwohl es zu diesen Themen auch in Italien immer wieder zu heftigen Diskussionen kommt. Aber das ist ja der Kern einer funktionierenden Demokratie. Damit schließe ich meine Gegenüberstellung der beiden Herrschaftsformen Faschismus und Demokratie und wie immer hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.